Disney Junior zeigt euch jetzt eine kleine Geschichte mit euren Wunderhaus-Freunden. Kraft Carlo macht den Freunden Ärger. Ob unsere Freunde dem dunklen Treiben ein Ende setzen können? Hallo, Clarabella! Sei eine brave Muku und verschwinde! Oh, mein Muhladen! Er wurde muniatorisiert! Tut mir leid, Clarabella, nicht böse sein. Ich will nur den Muhladen einsammeln. Hilfe! Das ist ja eine Muku-Tastrophe! Oh, nein! Hat's der kriminelle Carlo auf meine Boutique abgesehen? Was sagt man denn dazu? Die haben tatsächlich Superkräfte. Die halten mich nicht auf. Mal sehen, was ihr zu meinen Quietsche-Entchen sagt. Oh, nein! Es regnet, Quietsche-Entchen! Achtung! Alle in Deckung! Wow! Wir brauchen eine super Mitmachsache! Rufen wir alle zusammen! Oh, Super-Tudels! Oh, Super-Tudels! Zu, 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 Super-Tudels im Rettungseinsatz! Wir haben einen Föhn, einen Fanghandschuh, einen großen Sonnenschirm und die geheimnisvolle Mitmachsache! Was kann uns vor den herunterfallenden Quietsche-Entchen schützen? Versuchen wir es mal mit dem großen Sonnenschirm! Von ihm prallen die Enten ab! Super-dupe-Dankeschön! Oh, nein! Meine Schleifen-Boutique! Oh, so eine süße, kleine Boutique! Der kriminelle Carlo saust auf und davon! Komm, Freunde! Arbeiten wir zusammen, dann halten wir den kriminellen Carlo auf! Ich halte ihn auf! Ich kann ihn aufhalten! Was ist das? Ui-haha-hu-i! Wau! Ah! Nichts passiert! Alles kein Problem! Es zieht nur ein bisschen an meinem Popo! Oh, je! Verflixt und zugewieselt! Das war's, krimineller Carlo! Die Wunderhaushelden haben deine Schurkereien beendet! Haben wir? Hey, ja, haben wir! Zusammen ist man immer stärker! Und zwei Superhelden sind immer besser als ein Superschurke! Noch mehr Geschichten von Mickey Mouse Wunderhaus gibt's auf Disney Junior! Oh, meinst ja! Vielen Dank.